Modelltest 5 Teil 1 Sie hören nun fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit dem automatischen Auskunftsdienst von Severin und Kühn seit 10 verbunden. Abfahrtstelle für alle Touren vom 01.01. bis zum 31.12. ist Kurfürstendamm 216. Alle 15 Minuten zwischen 01.04. und 03.11. 10 bis 18 Uhr. Vom 01.01. bis 31.03. und vom 04.11. bis 31.12. alle 30 Minuten von 10 bis 17 Uhr. Die 14 verschiedenen Haltepunkte entnehmen Sie bitte unserem Programm Berlin City Circle Tours in acht Sprachen an allen Kiosken erhältlich. Letzte Abfahrt für eine komplette Tour. 16 Uhr, Kurfürstendamm oder Alexanderplatz. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit dem automatischen Auskunftsdienst von Severin und Kühn seit 10 verbunden. Abfahrtstelle für alle Touren vom 01.01. bis zum 31.12. ist Kurfürstendamm 216. Alle 15 Minuten zwischen 01.04. und 03.11. 10 bis 18 Uhr. Vom 01.01. bis 31.03. und vom 04.11. bis 31.12. alle 30 Minuten von 10 bis 17 Uhr. Die 14 verschiedenen Haltepunkte entnehmen Sie bitte unserem Programm Berlin City Circle Tours in acht Sprachen an allen Kiosken erhältlich. Letzte Abfahrt für eine komplette Tour. 16 Uhr, Kurfürstendamm oder Alexanderplatz. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören Veranstaltungstipps im Radio. Der Weltvogelpark Walzrode, verehrte Zuhörer, öffnet vom 17. März bis zum 4. November seine Tore. Seit 50 Jahren begeistert der außergewöhnliche Park in der Lüneburger Heide Tierliebhaber und Gartenfreunde. Wir können Ihnen einen Ausflug dorthin besonders empfehlen, denn im Jubiläumsjahr erwarten die Besucher besondere Attraktionen. Viele neue Vogelarten, eine erweiterte Flugshow und mit drei Millionen Frühlingsblumen die größte Frühlingsblüte Deutschlands. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Der Weltvogelpark Walzrode, verehrte Zuhörer, öffnet vom 17. März bis zum 4. November seine Tore. Seit 50 Jahren begeistert der außergewöhnliche Park in der Lüneburger Heide Tierliebhaber und Gartenfreunde. Wir können Ihnen einen Ausflug dorthin besonders empfehlen, denn im Jubiläumsjahr erwarten die Besucher besondere Attraktionen. Viele neue Vogelarten, eine erweiterte Flugshow und mit drei Millionen Frühlingsblumen die größte Frühlingsblüte Deutschlands. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Und nun noch ein Hinweis zum Abschluss unseres Magazins Geheimnisse aus dem Kochtopf, die wir jeden Freitag preisgeben. Kennen Sie ein Küchengeheimnis, das Sie uns verraten wollen? Haben Sie ein besonderes Familienrezept, das von Generation zu Generation in Ihrer Familie weitergegeben wird? Haben Sie aus dem Urlaub ein besonderes Rezept mitgebracht, auf das Sie stolz sind? Wir sind neugierig auf Ihre Tipps und Tricks aus der Küche. Melden Sie sich in unserem Kochstudio. Mitmachen lohnt sich für Sie. Als kleines Dankeschön erhalten Sie von uns ein aktuelles Kochbuch. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun noch ein Hinweis zum Abschluss unseres Magazins Geheimnisse aus dem Kochtopf, die wir jeden Freitag preisgeben. Kennen Sie ein Küchengeheimnis, das Sie uns verraten wollen? Haben Sie ein besonderes Familienrezept, das von Generation zu Generation in Ihrer Familie weitergegeben wird? Haben Sie aus dem Urlaub ein besonderes Rezept mitgebracht, auf das Sie stolz sind? Wir sind neugierig auf Ihre Tipps und Tricks aus der Küche. Melden Sie sich in unserem Kochstudio. Mitmachen lohnt sich für Sie. Als kleines Dankeschön erhalten Sie von uns ein aktuelles Kochbuch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Meldung im Radio. Sie hören wie an jedem letzten des Monats Nachrichten und Werbung vom Bildungsmarkt. Die EAM, School of International Business, bietet dreijährige Studienprogramme für Tourismus und Eventmanagement an, mit Abschlussdiplom. Die Einschreibungen für Oktober laufen drei Monate, und zwar von Anfang Februar bis Ende April. Schneller zum Ziel kommen Sie, wenn Sie Tourismus- und Eventassistent oder Assistentin werden möchten. Sie können sich in einem 10-monatigen Kompaktlehrgang mit Fremdsprachenschwerpunkt ausbilden lassen. Nähere Informationen unter www.eam-münchen.de oder der Rufnummer 089-2166-8452. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie hören wie an jedem letzten des Monats Nachrichten und Werbung vom Bildungsmarkt. Die EAM, School of International Business, bietet dreijährige Studienprogramme für Tourismus- und Eventmanagement an, mit Abschlussdiplom. Die Einschreibungen für Oktober laufen drei Monate, und zwar von Anfang Februar bis Ende April. Schneller zum Ziel kommen Sie, wenn Sie Tourismus- und Eventassistent oder Assistentin werden möchten. Sie können sich in einem 10-monatigen Kompaktlehrgang mit Fremdsprachenschwerpunkt ausbilden lassen. Nähere Informationen unter www.eam-münchen.de oder der Rufnummer 089-2166-8452. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Mein lieber Luigi, hier Thomas. Leider kann ich dich nicht, wie verabredet, zur Stadtrundfahrt um 11.30 Uhr vom Hotel abholen. Wir treffen uns direkt an der Abfahrtsstelle an der Gedächtniskirche. Ich erkläre dir kurz, wie du da hinkommst. Das ist ganz einfach. Geh die Lietzenburger Straße entlang bis zur Joachimsthaler Straße. Da biegst du an der Ampel links ab und läufst weiter bis zum Kurfürstendamm. Dort gehst du rechts bis zur Tauentziehenstraße. Du siehst die Kirche schon von Weitem. Wir müssen 10 Minuten vor Abfahrt am Bus sein. Für den Weg brauchst du ca. 20 Minuten zu Fuß. Ja, und vergiss den Fotoapparat nicht, damit du deinen italienischen Freunden etwas von Berlin zeigen kannst. Also, bis dann! Sie hören jetzt den Text noch einmal. Mein lieber Luigi, hier Thomas. Leider kann ich dich nicht, wie verabredet, zur Stadtrundfahrt um 11.30 Uhr vom Hotel abholen. Wir treffen uns direkt an der Abfahrtsstelle an der Gedächtniskirche. Ich erkläre dir kurz, wie du da hinkommst. Das ist ganz einfach. Geh die Lietzenburger Straße entlang bis zur Joachimsthaler Straße. Da biegst du an der Ampel links ab und läufst weiter bis zum Kurfürstendamm. Dort gehst du rechts bis zur Tauentziehenstraße. Du siehst die Kirche schon von Weitem. Wir müssen 10 Minuten vor Abfahrt am Bus sein. Für den Weg brauchst du ca. 20 Minuten zu Fuß. Ja, und vergiss den Fotoapparat nicht, damit du deinen italienischen Freunden etwas von Berlin zeigen kannst. Also, bis dann! Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage am Bahnhof. Bahnsteig 13 Schnellzug I-459 Istria nach Koper über Graz Hauptbahnhof und Spielfeldstraß mit der Planabfahrt um 22.05 Uhr fährt ab. Die Schlafwagen befinden sich im hinteren Zugteil. Die erste Klassewagen befinden sich im vorderen Zugteil. Der Speisewagen ist im mittleren Zugteil. Bitte einsteigen! Vorsicht! Türen schließen automatisch. Wir wünschen gute Reise! Attention! Platform 13 Rapid Drain I-459 Istria to Koper Wire Graz Sie hören jetzt den Text noch einmal. Bahnsteig 13 Schnellzug I-459 Istria nach über Graz Hauptbahnhof und Spielfeldstraß mit der Planabfahrt um 22.05 Uhr fährt ab. Die Schlafwagen befinden sich im hinteren Zugteil. Die erste Klassewagen befinden sich im vorderen Zugteil. Der Speisewagen ist im mittleren Zugteil. Bitte einsteigen! Vorsicht! Türen schließen automatisch. Wir wünschen gute Reise! Attention! Platform 13 Rapid Drain I-459 Istria to Koper Wire Graz Teil 2 Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie fünf Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. characters auf겠다 von den Chat post. Folgerinnen und veranstalten Sie ein Stück Weg. Das ist sonst nicht ysłose! Sie dann die harus Monatarkキar. Sie hören, Sie hören, Sie hören singen, Sie hören. gan immer aufmerksam. iteration ist sie. Ziehe, Sie laquelle haben Sie eine Frage, decken Sie in den ordenen Fallen und diese Komponenten getdemok... Betten Sie ein gutes� erinnert mit�ung. Sie hören, Sie Occasivos Н Negroes zu spät Deportieren im missions gewollt. Sie nehmen an einer Führung auf dem Zeltdach des Olympiastadions München teil. Grüß Gott! Herzlich willkommen hier im Olympiastadion München. Mein Name ist Hubert Stadl. Ich bin heute Ihr Führer und werde Sie bei Ihrer Expedition auf das Dach des Olympiastadions begleiten. Vorher möchte ich Ihnen aber noch einiges erzählen. Der Olympiapark ist nicht nur eine wunderschöne grüne Parkanlage, sondern auch ein beliebter Ort für sportliche Veranstaltungen und kulturelle Feierlichkeiten. So ist der Park sowohl eine Top-Attraktion für Touristen als auch ein beliebtes Freizeitziel für die Münchner, die hier entweder Musikevents oder Sportveranstaltungen besuchen oder auch selbst Sport treiben. Das Stadion, in dem wir uns hier befinden, ist die zentrale Sportstätte im Olympiapark und war 1972 Hauptort der Olympischen Sommerspiele. Damals wanderten 122 Mannschaften durch das Marathon-Tor in das vollbesetzte Stadion. Rund 80.000 Menschen aus aller Welt waren dabei und verfolgten die Spiele. Hier wurden die meisten internationalen Sportturniere ausgetragen. Bis zum Jahr 2005 war das Olympiastadion das Heimatstadion des FC Bayern München. Dann ist der Club in die neu erbaute Allianz Arena umgezogen. Heutzutage werden im Olympiastadion keine Fußballspiele mehr ausgetragen, sondern andere Sportwettkämpfe, Konzerte und diverse Open-Air-Veranstaltungen. So, vor der Sicherheitseinweisung wird Ihnen jetzt ein 30-minütiges Video vorgeführt. Da sehen Sie, wie das Stadion entstanden ist und erfahren alles Wissenswerte über die Architektur und die Konstruktion des Stahldaches, das wir dann auf extra Wegen begehen werden. Wir werden 120 Minuten unterwegs sein mit einer kleinen Rastpause von 20 Minuten, also bis ca. 13 Uhr. Vom Dach aus haben Sie übrigens eine fantastische Aussicht auf die Stadt München. Beachten Sie besonders das Wahrzeichen, nämlich die Türme der Frauenkirche. Und weil das Wetter heute an diesem wunderschönen Morgen sehr günstig ist, nicht so bewölkt wie gestern, können Sie bestimmt bis zum höchsten Berg Deutschlands, der Zugspitze, schauen. Nach der Tour haben Sie dann sicher eine Erfrischung nötig. Ich empfehle Ihnen, in den Self-Service Olympiasee zu gehen. Da gibt es verschiedene warme und kalte Gerichte, aber natürlich auch Desserts und Getränke. Hier im Olympiapark gibt es auch das exklusivere Restaurant Coubertin, aber das ist erst ab 18 Uhr geöffnet. Tja, und unser traditioneller Biergarten ist zur Zeit leider im Umbau. Da können Sie momentan leider nicht rein. So, gehen wir nun in den Vorführraum. Folgen Sie mir bitte. Teil 3 Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie sieben Aufgaben. Wählen Sie Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. axel 20 bis 2349. Untertitelung bei 40ers Sie sitzen in einem Café und hören, wie sich zwei junge Leute über die Arbeit als Skilehrer unterhalten. Laura, komm, wir setzen uns hier hin. Der Tisch ist nett. Na, Robin? Was ist denn so wichtig, dass du nicht bis zum Mathekurs am Freitag warten konntest? Du arbeitest doch in den Weihnachts- und den Semesterferien als Skilehrerin. Meinst du, das könnte ich auch machen? Wie gut fährst du denn Ski? Perfekt! Aber ohne Spaß. Ich fahre echt gut Ski. Mit meinen Eltern bin ich immer nach Österreich gefahren. Und da gibt es keinen Berg, den ich nicht runterfahren kann. Okay, aber du musst die Skilehrerprüfung machen. Das kannst du aber noch schaffen vor den Semesterferien. Muss man dafür auch lernen? Ist die Prüfung schwer? Nee, nicht besonders. Aber ein bisschen Theorie musst du schon lernen. Vorschriften und so. Vor allem Sachen, die mit Sicherheit zu tun haben. Okay. Und wenn ich die Prüfung bestanden habe, wie geht's dann weiter? Du suchst dir ein Skigebiet aus und bewirbst dich dort bei einer Skischule. Allgemein kann ich sagen, die kleinen Skischulen sind netter. Aber die großen zahlen ein bisschen mehr. Allerdings sind die Unterkünfte für die Skilehrer bei keinem toll. Na ja, ich brauch nicht unbedingt ein Luxushotel. Und was für Kurse kann ich dann unterrichten? Am Anfang kriegt man immer Kinderkurse. Die sind süß. Und die mach ich auch am liebsten. Na, ich weiß nicht, ob ich als Babysitter für Kinder auf Skiern geeignet bin. Du kannst dich aber auch bei einer Reisefirma bewerben, die Skiferien anbietet. Du fährst dann mit denen im Bus in den Skiort, wohnst auch im Hotel und gibst dann den Teilnehmern der Reisegruppe Unterricht. Da hat man fast nur Erwachsene. Na, das hört sich doch viel besser an. Aber sag mal, Laura, wie viel verdient man denn eigentlich so mit Skikursen? Wenn du das machen willst, um reich zu werden, dann musst du dir was anderes suchen. Aber der Vorteil ist, du kannst Skifahren, machst ein bisschen Urlaub und verdienst auch noch ein gutes Taschengeld. Und noch was. Wie viel kostet denn die Prüfung? Vor drei Jahren hat sie 1500 Euro gekostet. Das ist aber eine ganze Menge Geld. Vielleicht können mir meine Eltern das Geld leihen und ich gebe es ihnen zurück, wenn ich etwas verdient habe. Na, mal sehen. Teil 4 Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie acht Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. ? Sie hören Danny. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo! Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer heutigen Sendung. Bei uns im Elternmagazin geht es heute um das Thema Studieren mit Kind. Dazu haben wir hier bei uns im Studio zwei Gäste, Carla und Walter. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo! Hallo! Genau! Carla und Walter gehören zu den fünf Prozent der Studenten in Deutschland, die nicht nur studieren, sondern auch gleichzeitig Eltern sind. Carla ist alleinerziehende Mutter mit einem Sohn, Walter und seine Frau haben zwei Töchter. Carla, wie entscheidet man sich denn dafür, während des Studiums ein Kind zu bekommen und dazu noch ohne einen Vater dabei? Das ist doch auch sonst schon sehr schwer. Das war keine Entscheidung, das ist so gekommen. Jetzt kann ich darüber lachen, aber damals war das gar nicht witzig. Übrigens ist das bei den meisten der Fall. Nicht das Alleinerziehen, meine ich, sondern dass die Kinder nicht geplant sind. Nur zwei von hundert Studierenden können sich überhaupt vorstellen, während des Studiums ein Kind zu bekommen. Und davon machen das dann natürlich auch nicht alle. Und bei Ihnen und Walter waren Ihre Kinder geplant? Ja, und jetzt sind wir sehr froh, zwei kleine, süße Töchter zu haben. Einfach war es nicht, obwohl wir wirklich Glück hatten. In welcher Weise? Na ja, meine Frau und ich studieren Wirtschaftswissenschaften, da gibt es kaum Anwesenheitspflicht. So konnten wir uns abwechselnd um unsere eine Tochter, später unsere beiden Töchter kümmern. Bei anderen Studienrichtungen geht das nicht. Und dann haben uns unsere Eltern unterstützt. Die fanden das, erstaunlicherweise eigentlich, toll, dass wir so früh Kinder haben. Sie sind oft gekommen, wenn wir Prüfungen hatten und so, und haben uns auch finanziell unterstützt. Sagen wir mal, jemand studiert Medizin. Was würden Sie dem empfehlen? Also einem Medizinstudenten oder einer Medizinstudentin würde ich nicht raten, während des Studiums ein Kind zu planen. Außer wenn der Partner reich ist und viel Zeit hat. Richtig. Denn allein etwas studieren, wo man keine Anwesenheitspflicht hat, reicht nicht aus. Die finanzielle Situation ist ganz wichtig. Aber studierende Eltern werden doch staatlich unterstützt mit Kindergeld, Schwangerschaftsgeld, Wohngeld. Schon, aber davon kann niemand leben. Obwohl man hier, also in Dortmund, billiger leben kann als zum Beispiel in Düsseldorf oder Berlin. Und deshalb muss man, wenn man nicht wie Walter von den Eltern finanziell unterstützt wird, unbedingt noch nebenbei arbeiten. Und wie schafft man das? Studium, Kind oder Kinder und Arbeiten? Tja, schwer. Das Hauptproblem, gerade bei mir war, dass ich meinen Sohn anfangs nirgendwo lassen konnte. Haben Sie für Ihren Sohn keine Kita finden können? Ja, Kitas, Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderhorte. Da sind wir bei einem wichtigen Thema gelandet. Es gibt sie, aber... In den normalen Kitas können die Kinder nur vormittags, im besten Fall bis früh nachmittags bleiben. Aber als Student muss man oft auch spät nachmittags oder am Abend an die Uni für Vorlesungen oder Seminare. Die einzigen Kitas, die für uns, das heißt für studierende Eltern, wirklich hilfreich sind, sind die Kitas der Universitäten. Da werden die Kinder bis spätabends betreut, bis eben Schluss ist mit den Vorlesungen, den Seminaren und so. Aber wie ich weiß, gibt es bei den Kitas der Universitäten lange Wartelisten. Manche Eltern melden ihre Kinder dort an, sobald sie einen positiven Schwangerschaftstest haben und haben trotzdem kein Glück. Gott sei Dank hatte ich Glück. Denn alleinerziehende Eltern haben bessere Chancen. Dennoch ist insgesamt die Situation unbefriedigend. Das sieht man auch an den Zahlen. Sie meinen im Vergleich mit den skandinavischen Ländern, wo bis zu 20 Prozent der studierenden Eltern sind, weil dort die Bedingungen eben besser sind? Aber die Verantwortlichen tun immer so, als wüssten sie das nicht. Dabei weiß jeder Student, der ein Kind hat und sich notwendigerweise ein bisschen informiert, was woanders läuft. Auch die Universitätsleitungen sagen immer, dass sie alles nur Mögliche tun. Und okay, die Situation hat sich in den letzten Jahren auch hier in Dortmund und allgemein in Deutschland verbessert. Aber für die studentische Durchschnittsfamilie ist die Situation verdammt hart. Ich habe für einige Monate während der Schwangerschaft meiner Frau als Berater gearbeitet bei der Arbeitsgemeinschaft zum familienfreundlichen Studium. Das ist eine Initiative, wo studierende Eltern beraten werden und auch versucht wird, eine bessere Situation zu schaffen. Und Carla, wie sie mir hier kurz vor der Sendung erzählt hat, macht das jetzt auch. Und bei so einem Job erfährt man eine ganze Menge über die Situation studierender Eltern allgemein. Bei der Arbeitsgemeinschaft haben wir auch nach dem Studium Kontakt zu den Eltern. Und wir stellen fest, dass es viele Firmen positiv finden, wenn eine Frau während des Studiums Kinder bekommt. Für die Firmen bedeutet das, das ist eine, die mit Problemen fertig wird und die hat bereits Kinder. Bei der gibt es wahrscheinlich keinen Schwangerschaftsausfall. Das ist so. Doch sollte natürlich die zukünftige Karriere nicht der Grund sein, während des Studiums Kinder zu bekommen. Kinder muss man lieben und Beruf und Karriere kommen danach. Und irgendwie wird das schon gehen, so sehe ich das zumindest. Die Liebe zu den Kindern kommt an erster Stelle. Das ist doch sicher eine positive Botschaft. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dieser positiven Botschaft verabschieden wir uns bis zum nächsten Elternmagazin. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Hallo. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer heutigen Sendung. Bei uns im Elternmagazin geht es heute um das Thema Studieren mit Kind. Dazu haben wir hier bei uns im Studio zwei Gäste, Carla und Walter. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Hallo. Carla und Walter gehören zu den fünf Prozent der Studenten in Deutschland, die nicht nur studieren, sondern auch gleichzeitig Eltern sind. Carla ist alleinerziehende Mutter mit einem Sohn, Walter und seine Frau haben zwei Töchter. Carla, wie entscheidet man sich denn dafür, während des Studiums ein Kind zu bekommen und dazu noch ohne einen Vater dabei? Das ist doch auch sonst schon sehr schwer. Das war keine Entscheidung, das ist so gekommen. Jetzt kann ich darüber lachen, aber damals war das gar nicht witzig. Übrigens ist das bei den meisten der Fall. Nicht das Alleinerziehen, meine ich, sondern dass die Kinder nicht geplant sind. Nur zwei von hundert Studierenden können sich überhaupt vorstellen, während des Studiums ein Kind zu bekommen. Und davon machen das dann natürlich auch nicht alle. Und bei Ihnen und Walter waren Ihre Kinder geplant? Ja, und jetzt sind wir sehr froh, zwei kleine, süße Töchter zu haben. Einfach war es nicht, obwohl wir wirklich Glück hatten. In welcher Weise? Na ja, meine Frau und ich studieren Wirtschaftswissenschaften. Da gibt es kaum Anwesenheitspflicht. So konnten wir uns abwechselnd um unsere eine Tochter, später unsere beiden Töchter kümmern. Bei anderen Studienrichtungen geht das nicht. Und dann haben uns unsere Eltern unterstützt. Die fanden das, erstaunlicherweise eigentlich, toll, dass wir so früh Kinder haben. Sie sind oft gekommen, wenn wir Prüfungen hatten und so. Und haben uns auch finanziell unterstützt. Sagen wir mal, jemand studiert Medizin. Was würden Sie dem empfehlen? Also einem Medizinstudenten oder einer Medizinstudentin würde ich nicht raten, während des Studiums ein Kind zu planen. Außer wenn der Partner reich ist und viel Zeit hat. Richtig. Denn allein etwas studieren, wo man keine Anwesenheitspflicht hat, reicht nicht aus. Die finanzielle Situation ist ganz wichtig. Aber studierende Eltern werden doch staatlich unterstützt mit Kindergeld, Schwangerschaftsgeld, Wohngeld. Schon, aber davon kann niemand leben. Obwohl man hier, also in Dortmund, billiger leben kann als zum Beispiel in Düsseldorf oder Berlin. Und deshalb muss man, wenn man nicht wie Walter von den Eltern finanziell unterstützt wird, unbedingt noch nebenbei arbeiten. Und wie schafft man das? Studium, Kind oder Kinder und Arbeiten? Ja, schwer. Das Hauptproblem, gerade bei mir war, dass ich meinen Sohn anfangs nirgendwo lassen konnte. Haben Sie für Ihren Sohn keine Kita finden können? Ja, Kitas, Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderhorte, da sind wir bei einem wichtigen Thema gelandet. Es gibt sie, aber... In den normalen Kitas können die Kinder nur vormittags, im besten Fall bis früh nachmittags bleiben. Aber als Student muss man oft auch spätnachmittags oder am Abend an die Uni für Vorlesungen oder Seminare. Die einzigen Kitas, die für uns, das heißt für studierende Eltern, wirklich hilfreich sind, sind die Kitas der Universitäten. Da werden die Kinder bis spätabends betreut, bis eben Schluss ist mit den Vorlesungen, den Seminaren und so. Aber wie ich weiß, gibt es bei den Kitas der Universitäten lange Wartelisten. Manche Eltern melden ihre Kinder dort an, sobald sie einen positiven Schwangerschaftstest haben und haben trotzdem kein Glück. Gott sei Dank hatte ich Glück. Denn alleinerziehende Eltern haben bessere Chancen. Dennoch ist insgesamt die Situation unbefriedigend. Das sieht man auch an den Zahlen. Sie meinen im Vergleich mit den skandinavischen Ländern, wo bis zu 20 Prozent der studierenden Eltern sind, weil dort die Bedingungen eben besser sind? Aber die Verantwortlichen tun immer so, als wüssten sie das nicht. Dabei weiß jeder Student, der ein Kind hat und sich notwendigerweise ein bisschen informiert, was woanders läuft. Auch die Universitätsleitungen sagen immer, dass sie alles nur Mögliche tun. Und okay, die Situation hat sich in den letzten Jahren auch hier in Dortmund und allgemein in Deutschland verbessert. Aber für die studentische Durchschnittsfamilie ist die Situation verdammt hart. Ich habe für einige Monate während der Schwangerschaft meiner Frau als Berater gearbeitet bei der Arbeitsgemeinschaft zum familienfreundlichen Studium. Das ist eine Initiative, wo studierende Eltern beraten werden und auch versucht wird, eine bessere Situation zu schaffen. Und Carla, wie sie mir hier kurz vor der Sendung erzählt hat, macht das jetzt auch. Und bei so einem Job erfährt man eine ganze Menge über die Situation studierender Eltern allgemein. Bei der Arbeitsgemeinschaft haben wir auch nach dem Studium Kontakt zu den Eltern. Und wir stellen fest, dass es viele Firmen positiv finden, wenn eine Frau während des Studiums Kinder bekommt. Für die Firmen bedeutet das, das ist eine, die mit Problemen fertig wird und die hat bereits Kinder. Bei der gibt es wahrscheinlich keinen Schwangerschaftsausfall. Das ist so. Doch sollte natürlich die zukünftige Karriere nicht der Grund sein, während des Studiums Kinder zu bekommen. Kinder muss man lieben und Beruf und Karriere kommen danach. Und irgendwie wird das schon gehen. So sehe ich das zumindest. Die Liebe zu den Kindern kommt an erster Stelle. Das ist doch sicher eine positive Botschaft. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dieser positiven Botschaft verabschieden wir uns bis zum nächsten Elternmagazin. Danke. Danke. Das ist doch auch sicher. Vielen Dank. Vielen Dank.